Ja gut, ich habe von so einem Insider erfahrt, sechs Insider ist das da, es soll ein Puffgeber hier, da gibt es sechs Puppen nur, nur sechs Puppen hier, ich kann mir das gar nicht vorstellen, wie soll denn das gehen, ich stehe die da, die sechs Puppen da, in dem Türrahmen, dann geht man hin und ja, drückt man das Geld irgendwo in die Hand oder was weiß ich, wie die das feststellt da und dann schnappt man die so und schleppt die da in ein Zimmer und dann legt man die aufs Bett oder was, oder liegt die da schon im Bett und dann musst du irgendwo vielleicht das Geld da in den Sparbüchse reinstecken oder was, ich kann mir das gar nicht vorstellen, wie ein ganzes Haus da voll, mit sechs Puppen und dann marschierst du durch und du guckst rum, was gefällt mir, ja, nämlich die hier oder die, ja und dann hier, du kannst dich da umschleppen hier, du musst dich da irgendwo aufs Bettchen, oder was weiß nicht, wie das geht hier, aber die sechs Puppen, die baue die, die baue die gut, das habe ich ja auch schon mal gesehen, das habe ich ja erzählt, gell, und, äh, aber das da mit dem Puff da, das, ich weiß es nicht, wie das geht hier so richtig, gut, wenn die da, was weiß ich da, in 20, 30 Jahren da irgendwie da so Robote, Sexpuppe da habe da, dann ist das ja ganz normal, da kannst du hingehen, quatschst du mit der, und die sagt, ja, komm bei, und was weiß nicht, schlichtig da, hier, macht die alles automatisch, gell, obwohl sie Sexpuppe ist, gell, aber heute, da können die so bisschen was quatschen, da laufen können sie es noch nicht so, sehen super aus, sind beweglich und alles, gell, aber, ja, ich muss ja mal gucken, wo das Ding da ist, und vielleicht war schon mal da jeder, und dann teste ich das einfach mal, und dann weiß ich das, und könnte ich euch das auch erzählen, gell, wie das da so ist, so, interessant ist es, kann man nicht, so wie ich sage, ich finde es interessant, das ist so eine Art, da guckt man mal ein bisschen in die Zukunft, gell, hier, weil es soll ja auch möglich sein, hier, irgendwann mal, dass du mit so einem Robote da, das ist dein Partner, ne, kannst du vielleicht heiraten, gell, ist ein bisschen komisch, ist wie so ein Film, aber ist dann Möglichkeit, ja, früher ist da auch so ein Ding herumgeflogen da, sein Fitschen da, hier, so ähnlich wie die Drohne, jetzt ist die Drohne rum, hier, klar, in Dubai testen sie große Dinge, jetzt fahren Busse rum, schon zum Test hier, so, ohne Leute, und keiner lenkt mehr, das ist die Zukunft, und da kannst du auch mal gucken, hier, wie ist das Leben, so, Sexleben da, so Gummipupp, Robote-Pupp, was weiß ich, wie die dann, irgendwann mal heißen, da, interessant ist es, ja, heute kann man sich das kaum vorstellen, dass du da mit so einem Roboter aufs Standesamt rennst, in drei, zwölf Jahren, ganz normal, gell, da sagen sie, hier, bist du blöd, weil du eine Normalfrau da aufs Standesamt schleppst, gell, wir lassen immer alle hier, wir heiraten heutzutage Roboter, und keine Echtfrau mehr, wir, das is's halt, gell, und dann, ich wünsch euch einen schönen Tag, eine schönen Nacht, oder was ihr da auch macht, gell, bis dann, jetzt schön, macht's gut, hier, Vielen Dank.